so hallo und willkommen zu einem neuen video ja von liquid labor von vor circa zwei wochen acht aromen zugeschickt die wird man jetzt alle nacheinander testen in diesem video es wird also ein xxl video wird ein bisschen länger gegangen bin hier live auf twitch die verena die postet mir dann die geschmacksbeschreibung nachträglich in den chat rein dass man dann vergleichen kann ob ich das gleiche schmeckt wie es beschrieben war also es gibt mehr oder weniger im blindtest weil es jetzt nur das was was der name mir hergibt bei marshmallow kann man sich denken nach was es schmecken soll also frisch gewickelt haben schon gucken mal wie mir das marshmallow wie mir das aroma hier schmeckt cracker and marshmallow wird vermutlich nicht meins sein aber wer weiß es schon erster test cracker and marshmallow auf geht's ich habe jetzt glaube noch nie marshmallow besser deswegen kann jetzt nicht sagen ob das authentisch nach marshmallow schmeckt aber wird mir bezahlt das ganze aroma schmeckt nicht schlecht ob authentisch oder nicht keine ahnung irgendwie ist an zum beigeschmack noch mit drin wo ich nicht zuordnen können verena postest du mal die beschreibung ich bin mal gespannt was verena als kleine chat drin schreibt beschreibung vom hersteller perfektes lagerfeuer feeling marshmallow mit cracker also wie gesagt ob der geschmack eins zu eins so schmeckt das kann ich euch jetzt sagen weil ich kenne marshmallow etiken cracker ich kann nur sagen es schmeckt relativ gut es ist nicht aufdringlich süße grad von der skala 1 bis 10 würde demnach 2,5 vergeben kula da ist keins mit drin und schul note kriegt von mir eine 2 gut ein aroma mit all day charakter haben wir auf jeden fall gut dampfen lagerfeuer feeling hätte sie keins dabei dann machen wir mal frische watte rein und testen wir das nächste so ein bisschen weiter raus das nächste wird dann wird dann das hier sein raspberry cream bomb was verena dann schon mal die beschreibung raussuchen kann solange hier mit einer langweiligen sache wie warte wechsel beschäftigt bin und wenn du da hier auch wenn war die friseur warte dazu bin jetzt aus dem boller immer was runter wo ich meine das können die richtige menge sei so so raspberry das ist im beere damit alles täuscht mit einer cremigen bombe da bin ich mal gespannt da bin ich mal gespannt wie mir das schmecken wird im beere kann sehr gut schmecken im beere kann aber auch nicht gut schmecken was man jetzt testet ist das raspberry cream bomb von liquid labor jetzt bin ich mal gespannt wie mir das schmeckt wurde sah die beschreibung tief die stimmt das ist eine himbeere aber keine grüne keine keine bombe vom und der creme sondern halt gleich cremig als sie wird sage er willst nicht sahne nicht süß sehr rund kein colada also colada 0 süße grad von der skala 1 bis 10 wurde dem jetzt eine 3,5 ergeber also recht zurückhaltend von der süße aber irgendwas ganz leicht scharfes ist mit drin irgendwas spüre auf der zunge wo ja aber nicht sagen kann wo das herkommt schul note wurde dem 1,5 ergeber und die verena die schreibt jetzt wieder die geschmacksbeschreibung naja aber ich glaube der wort halt ihm wäre mit 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 sahne oder irgendwas drinnen stand schmeckt auf jeden fall sehr gut im beere mit bonbon und einem schlag creme einfach herrlich als sie wird fast behauptet da ist ein sprit zum menthol drin ganz wenig menthol was geschmacklich nicht wahrnimmt dass es aber einfach so eine leichte scharfe auf der zunge kriegt also zudem aroma kann ich sagen das kann man definitiv mal ausprobieren wenn es echt richtig richtig lecker so frische watte rein nächstes aroma was ist hier mit acht aroma da haben jetzt echte bist du bist hier was vor uns so das nächste aroma wenn immer denn ist bombo glaubt ihr verräte uns ausschaut den namen was ist nach was ich nicht mehr soll so 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 Eisbombo wird dann jetzt einfach mal ein Eisbombo geschmack wo es jetzt halt die frage ist ob darüber jetzt mehr mehr culada mit drin ist oder ob da mehr mehr menthol drin ist ich bin gespannt das ace bombo von liquidlabor nach was das schmeckt ein sehr mentholastiges aroma kein culada mit drin meiner meinung nach aber mit menthol auch nicht übertrieben als es kommt sehr gut das ace bombo rüber hatten leichter cooling effekt hat er den effekt dass die nase frei wird also culada auf skala 1 bis 10 wurde eine 1,5 vergeben ist aber eine reine menthol kühle büsegrad skala 1 bis 10 3 schulnode auch eine 1,5 also entschuldigung wenn die hat ein sehr sehr guter all day charakter kann man sich immer mal wieder den tank kippen wenn man menthol mag und jetzt bin mal gespannt was verena für eine beschreibung dazu rausgesucht hat ob da drinnen steht dass der menthol drin ist oder ob da einfach nur eisbombo beschrieben wird wer kennt sie nicht die herrliche eisbombo aus der kindheit beschreibung passt genauso schmeckt nämlich frische watte nächstes aroma merkt nächstes aroma oder denn das hier das Jutsu, weil das ist glaube ich das einzige Aroma, wo ich dann tatsächlich nachher auf Verenas Auskunft angewiesen bin, weil mit Jutsu da kann ich mir jetzt überhaupt nichts vorstellen. Eieieieiei, warte ich doch, das ist ein Pfeil doch. So, jetzt werden wir auch gespannt, nach was das Jutsu schmeckt, ob ich das rausfinde. So, was mir jetzt zerstört, ist das Jutsu von Liquid Labor, ich habe keine Ahnung, nach was das schmecken soll. So, das ist ein Beerenmix, schmecke Himbeere raus. Ich wurde fast behauptet, da ist eine Walderdbeere oder irgendwie sowas noch mit drin. Dann irgendwie so ein Beigeschmack wie von Ventol. Anis würde jetzt sagen, eher nein. Marina, ich glaube, ich brauche die Beschreibung. Irgendwas mit Beerenmix wird jetzt kommen. Also Kulada ist keins mit drin, Cooling Effekt 0. Süße Grad von der Skala 1 bis 10 würde demnit 2,5 vergeben, also es ist nicht süß. Geheimnisvolle chinesische Frucht trifft auf heimische Brombeeren. Ich hatte vorhin schon nach Jutsu gegoogelt. Ist eine chinesische Frucht, die etwas zwischen Zitrone und Limette ist. Bei Liquid Labor steht leider nichts zur Frucht selber, okay. Also eine Citrus-Säure ist keine drin. Und die hat jetzt eher gesagt Himbeere als Viprombeere, aber es kann auch Viprombeere sein. Auch wenn man ein sehr interessantes Aroba hat, das schmeckt irgendwie anders, sage ich jetzt einfach mal. Nicht so, wie man es eigentlich normal kennt. Coolen Ode kriegt das von mir auch eine 1,5. Also ich finde es echt lecker, aber eher weniger als Ode. Als Ode-Aroma, also ab und zu mal, dass man einfach mal wieder einen anderen Geschmack hat, aber Ode wäre es glaubt nicht meins. Gut, kommen wir auf den Tisch, machen wir frische Watte rein. Was testen wir als nächstes? Nehmen wir einfach das hier. Waldmeister Vanille. Ich glaube, das sagt auch schon, was es schmeckt soll. Das haben wir ja auch vorher schon mal irgendwo probiert. Ich weiß gar nicht, wo eine, das war aber den Trinner-Kit. Alright. So. So. So, da würde ich jetzt mal sagen, das wird relativ einfach von der Beschreibung sein. Waldmeister und Vanille, diese Mischung, die gibt es ja in verschiedenen Aromen. So. So. Dann testen wir jetzt mal die Waldmeister Vanille von Liquid Labor. Ich bin gespannt, wie man das schmecken wird. So. 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 ein Jahrmarkt Getränk. So. 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 W coat. So. 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 Kaufempfehlung Raussprecher, das entspricht nicht meinem Geschmacksprofil. Waldmeister trifft Vanille, ein interessantes Duo. Also da war die Flasche definitiv nicht Leerdampfer, das ist nicht meins. Das hat irgendwie so ein bitterer Beigeschmack mit dabei. Nicht gut. So, dass die Verena Klee raus suchen kann. Das nächste was man mal hat ist Lemon Iced Tea. Brauchen wir eigentlich auch fast keine Beschreibung. Da sagt sie auch den Namen schon, nach was es schmecken soll. Da ist jetzt halt die Frage, schmeckt es eher nach Grüneltee oder schmeckt es eher nach mal. Machen wir authentischer Tee. Ich glaube, wäre auch nicht meins. Ja, es gibt richtig gute Waldmeister, aber es gibt halt auch Waldmeister, die schmeckt mir. Zum Beispiel geiler. Aber wenn es mir halt jetzt schmeckt, heißt es nicht, dass es euch auch schmeckt. Das ist halt immer schwierig dabei. Jeder hat sein eigenes Geschmacksprofil. Wenn ich das halt lese, Lemon Iced Tea, dann verbinde ich das im Kopf schon mit irgendwas Leckerem. Jetzt hoffe ich mal, dass das so schmeckt, wie es jetzt irgendwie im Kopf abgespeichert hat. Also der Geruch, was man entgegenkommt, das ist schon mal kein Krümeltee, würde ich sagen. Dann testen wir jetzt mal den Lemon Iced Tea von Liquid Labor. So. Krümeltee wäre und Zitronenwasser. Irgendwie vermischt. Also Zitrone Eistee, ja, schmecke ich raus. Kulada kann ich keins feststellen. Süße Grad von der Skala 1 bis 10. Eine 4. Also nicht süß, nicht übertrieben süß. Schulnote 1,5, also das ist eins. Das mache ich definitiv leer, das ist richtig lecker. Das kann ich definitiv weiterempfehlen. So, jetzt bin ich gespannt, was Verena jetzt gleich in den Chat rein kopiert. Und was der Hersteller dazu schreibt. Aber ich vermute mal, der wird einfach nur Eistee Halsschreiber und Zitrone Eistee. Zitrone Eistee perfekt für sonnige Tage. Das ist richtig gut. Also das hat einen sehr hohen All Day Charakter. Das schmeckt echt richtig lecker. Das kann ich definitiv weiterempfehlen. So, frische Watte. Nächstes Aroma. Das geht mal langsam die Watte aus. So, jetzt bleibt da eigentlich bloß nur eins übrig. das Peach Coconut. Verena, dann kannst du schon mal die Beschreibung rausholen, beziehungsweise dann kommt noch mal eins, aber das habe ich schon im Tank drin. So, bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wie man das schmackt. Was geht denn dann von nie aus? Wie geht denn dann von nie aus? So, das letzte Aroma, was man jetzt im Tröpfler testet. Peach, Coconut, Coconut, Kokosnuss. Kokosnuss mit einer leichten Creme im Hintergrund. Schmeckt echt richtig gut. Das ist eine gute Kokosnuss. Gulada ist keins mit drin. Süße würde ich dann eine 4,5 geben. Von der Skala 1 bis 10. Schulnote würde ich dann auch eine 1,5 geben. Also ich finde das ist auch richtig lecker. Das kann man definitiv mal probieren, wenn man Kokosnuss mag. Richtig, richtig leckere Kokosnuss. So, bin mal gespannt, was Verena gleich schreibt. Was der Hersteller sagt. Kokosnuss mit Creme vermute ich jetzt einfach mal. Kokosnuss mit feiner Creme und Mandel. Okay. Also die Mandeln, die schmecken jetzt nicht raus. Könnt ihr mir aber gut vorstellen, dass die Mandeln die Kokosnuss rund machen. Also das ist ein sehr gut gelungenes Aroma. So und das letzte was wir jetzt testen. Das ist die Schokowaffel von Liquid Labor. Und das dampfen wir hier als Aroma Meiser Plus. Den haben die Fahrer frisch gewickelt und haben das Aroma reingekippt. Da wird wahrscheinlich die Beschreibung relativ einfach sein. Kokolade auf Waffel oder so ähnlich. Kokolade ist keins mit drin. Süße Grad würde dem sogar eine Fünfer geben von der Skala 1 bis 10. Die Waffel ist ganz klar im Vordergrund. Das ist so eine matschige Waffel wie vom Eis. Wenn man sich so eine Eistüte beim Italiener um die Ecke kauft. Und die ist so ein bisschen matschig angelaufen. Von der Schokoeis was man drin hat. So schmeckt die Waffel. Trifft nicht mein Geschmack. Deswegen wurde dem eine Schulnote 3,5 vergeben. Aber es schmeckt sehr authentisch. Und was schreibt jetzt Verena Klee nach was das eigentlich schmecken soll. Wie es der Hersteller angibt. Jetzt bin ich mal gespannt was Verena schreibt. Schokolade und Waffeln. Ein traumhaftes Team. Also schmeckt sehr authentisch. Viele war es möge. Mein Geschmacksprofil trifft es leider nicht. Jetzt haben wir 8 Aroma getestet. Das war jetzt ein etwas längeres Video. Ich hoffe das hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.